Und willkommen zurück bei Let's Play Bioshock! Es ist jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Es ist heute Sonntag, es ist heute wieder verdammt warm und ich habe im Hintergrund jetzt einen Ventilator laufen. Ich hoffe, ihr hört den nicht, er stört euch nicht. Mich stört er nicht, ich habe Kopfhörer auf. Ja, ich habe auch nicht so wirklich Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Doch, irgendwie so ganz grob. Zwei Little Sisters in diesem Level haben wir schon gerettet. Wunderbärchen, dann gibt es ja nicht mehr so viel zu tun, oder? Gucken wir doch mal. Wir sind bei dem Besorger eine zweite Dosis von Versuch Nr. 92. Fragezeichen, was war das denn? Was, das Präparat? Ah, jetzt haben wir mal einen Block, das hat man versprochen. Ah, richtig, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, ja. Okay. Ah, ja, jetzt habe ich wenigstens das Mikro an. Boah, er ist so cool. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Oh, ist das cool. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Bioshock. Bioshock ist eigentlich toll. Ich habe doch vergessen, wo ich bin. So, warte mal. Oh, warte mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warte mal. So, warte mal. Oh, Mann. Konnte ich denn nicht springen? Eine ganz tobe Frage, kann ich nicht springen? Moment blablabla und dann springen! Verarsch, ich hab da drauf gedrückt. Nee, hab ich nicht. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Oh, tue. Ein bisschen Wein. Hören die Geräusche letztes Mal auch schon so? Wie ist denn? Napalm. Kann man eh mal gebrauchen. Hier werden wir noch. Oh. Super simpel, die wir auch schon hier haben. Ein simpel, so simpel. Ein simpel, so simpel. Abfacken. Das ist ja schon so. Und zwar den jetzt. Da müssen wir noch. Da waren wir auch noch nicht. Ach du Schande. Da ist ja noch was. Hestier. Ja. So ihr Schlauberger. Was ist denn zum Hestier? Artemis? Oh, sagt man ja nichts. Sind das alles gerichtliche Götter? Gerichtliche Götter? Gerichtliche Götter? Ja. Ah, doch. Er brennt jetzt. Ich weiß gut, Daddy. Ja, das hilft. Ich weiß nicht. So, geht doch. Ist der halb tot jetzt? Oh, das hat sich nicht gelohnt. Bandage. Ja, wie ist das? Splittergranate, ne? Die sind schon nicht schön. Was haben wir hier? Granatwerfer. Räusche. Oh. Ja, das hat sich gelohnt. Kann man so sagen. Die Geräusche sind schon echt süß, oder? Also, will ich da auch ein Achiefen? Alle Toiletten, die du jetzt in dem Spiel spürst. Das stimmt. Jetzt mal alle Toiletten benutzen. Was habe ich denn jetzt? Insektenschwarn. Oh, die Türke. So, wenn wir jetzt mal fertig. Ich folge jetzt mal mal frei. Äh. Ja, okay. Da sind wir verarschen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab ja auch nicht mehr durch. Oh, ja. Oh, ja. Ah, das ist ein Typ. Ich bin so süß, lieb durch das, weiß ich. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Also, in dem, wie wird der Telekese sein. Oh. Bin ein bisschen orientierungslos. Gibt's ganz offen zu. Oh, ja. Moment, ich verstehe das grad nicht. Ich muss doch jetzt hier die Treppe irgendwie lange oder nicht und nicht da hinkommen. Ist ohne Treppe. Da ist eine Treppe. Ich muss aber ganz bleib sein. Aber ich laufe einfach nicht. Oh, oh, oh. Beziehungsstrahl. Unfallend. Sehr schön. Nein, wie cool. Ich muss jetzt fahren. Wow. Der war aber gerade noch nicht an, oder? Der guckt immer in diese Richtung. Seht ihr da? Der schwenkt nicht. Ich dachte, ich muss das nicht abfallern. Ja. Hm. Ich bin schon mal. Ah, jetzt nicht. No. No. Ups. Geht doch. ...salsche Waffe da ist hier. Das ist ein alter Maschstück. Ja, egal, ich hab ischen schon. Wow! Okay, da geht's also auch auf die Haft. Im Nachladen, immer brav Nachladen. Wieder die hier. Niekenpistole, was wir sehen, ist ein Stuhl. Ah, da war auch wieder irgendwas. Welche lustige Ketchup-Veranstaltung. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was habt ihr denn hier gemacht, Leute? Ich mach die Sauerei nicht weg. Oh, scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Dauschbüller. Da ist ein Dauschbüller. Uh! Ah! Na? Wo ist er denn jetzt hin? Ich bin vorbeigelaufen. Jo. Bitte. Wolltest dich heilen, ne? Sausack. Lass dich aber nicht zu. Was hacken wir denn jetzt? Ich hab die falschen Knack gelegt. Ich werd die dann eigentlich sehen. Oh! Ich muss uns trotzdem mal. Ich bin doof. Oh, das läuft doch schon total banal. Oh, da mag das ja nichts verlieren. So, das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Sprach sie und verloren ist dann. Ja. Schneller, schneller. So. 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 Oh, das ist heuer. Oh, das ist ja. Oh, ist das denn? Warum nicht? Ich will da aber rein. Warte, da müssen wir ja rein. So, was ist das? Medical Expert! Was hat er jetzt mit seinem Leben verteidigt? Welche Flasche ist das? Oh! Für Usin! Kühlschranklage! Was ist das? Was ist das? Oh, Leute, ja, ist halt gut. Ich gehe ja schon. Da ist... Da ist... Da ist... Leute, was macht ihr so für Spieche? Da ist... Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nr. 255, Dr. Souchong. Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Aber bitte! Hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Zuchang! Weg da! Papa Zuchang! Papa Zuchang! Papa Zuchang! Papa Zuchang! Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Drück! Drück! Ja, Leute! Drück! Tja, Leute, darf ich vorstellen? Drück! 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 Und ein Big Daddy sich ihn vorgenommen hat! So... Ah! Oh Da gehen wir doch jetzt erstmal hin, würde ich sagen. Erstmal jetzt nochmal in die obere Etage. Bis die Tür nicht aufgeht. Mein linker Fuß ist eingeschlafen. Achso, deswegen geht die nicht auf. Es ist sehr sinnvoll, dass die andere Tür... Ich bin ja ein bisschen angespannt. Warte. Kann doch nicht die Pfeile sich da wieder rücken. Oh, guck mal wieder. Ja, ich glaub hier gibt's Ärger. Da ist mir grad nicht wohnt. So, wo wollte ich hin? Ich muss jetzt... Hier? Ja. Ja. Mein Gott ja, komm. Ja, komm. Ja, komm! Stopp, doch einfach. Stopp! Doch einfach. Jetzt wird's mal liegen. Danke. Mei, mei, mei. Ich bin wieder schlechter geworden. Man merkt es, dass ich eingerostet bin. Oh! Das Blödsinn. Ja, fühl sich mal erst mal so. Hier. Das Blödsinn ist auch nicht schlecht. Ach, das Blödsinn ja jetzt, oder? Der Blödsinn ist verstanden. So. Unprogrammated. Aber das ist doch nicht vorher nicht, dass ich geschossen habe, da war ich nicht so schnell. Ich bin nicht so weit gekommen. Da stand doch vorher noch nicht hier. Hat der Typ die hier aufgestellt? Schießt ja scheinbar. Eine super verstärkte Knappe. Da steht auch schon wieder einer. Ja, ich staune auch. Oh, was ist denn immer noch nicht so schön hier? So. 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 Laboratoire Gagnier. Schnappatmung. Atmen, Schatzi. Atmen. Atmen. What? You lost me. Wow, 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 wow. Uiuiui, was geht denn hier? Der steht da aufgestiegen drauf, oder? Arsch, man muss schließen. Nein, will sich heilen, das Vieh. Ziemlich geil. So. Oh, ein Safe. Aber Leute, die Zeit ist wieder um. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Unterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Let's Play Bioshock. Bis dann. Ciao.